Du suchst bestimmt Ingvar. Nein. Er hat seine Schmiede weit da oben. Weiß ich. Was ist mit dir? Bist du kein Schmied? Klar, aber ich gehöre nicht zu den Schmelzern. Brauchst du was? Eine gute Waffe wäre schön. Ich will eine Waffe. Ich hab nur Standardware. Gute Waffen gibt's bei Ingvar oder den anderen Schmelzer. Einen gab's nicht. Aber wenn du Erz hast, kann ich dir eine Rüstung verkaufen. Das klingt aber nett. Aber die haben bloß... Ich hab keinen Bock auf diese Notmar-Rüstung, ehrlich gesagt. Die finde ich nicht schön. Die sind nicht hübsch einfach. Was ist ein Schmelzer? Erzschmelzer. Gute Schmiede gibt es in Nordmar mehr als genug. Was die Waffen aus Nordmar wirklich besonders macht, ist das Erz. Die Erzschmelzer sind die einzigen, die wissen, wie man das Erz für den Schmied vorbereitet. Sie machen die Rohlinge. Genau. Nur die Schmelzer können echte Erzrohlinge herstellen. Ich will Erzschmelzer werden. Dann musst du mit Ingvar reden. Er entscheidet. Aber er nimmt nicht jeden. Du musst gut sein. Sehr gut. Ja, ja. Ja, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Bringen wir was über das Schmieden bei. Ja, da wusste ich ja nicht so richtig, ob ich das machen will. Ich glaube, wir können ja mal gucken, was wir bräuchten, um eine Erzwaffe schmieden zu können. Zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Oh. Da gibt's nicht viel zu wissen. Das geht schon. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Waffen-Schmieden. Rohling, heiß machen, bearbeiten, abkühlen. Aber so eine Erzwaffe braucht natürlich einen Erzrohling. Und dafür habe ich jetzt Lernpunkte ausgegeben. Ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer Ernst, dass ich Lernpunkte dafür ausgegeben habe, dass er mir gesagt hat, heiß machen, draufschlagen, abkühlen lassen? Ich will eine Rüstung für mich. Gut. Was kostet dich 100 Erz? Höh! Gute Ware hat ihren Preis. Was? Ich glaube, es hackt. Zeig mir deine Ware. Ja, aber guck mal hier nach. Gut, Steiners Rüstung wird dann wahrscheinlich keine Notmalrüstung sein, denke ich mal, oder? Oh, die sind schweineteuer, sehe ich gerade. Aber hässlich. Helm ist der normale. Ich will mal einen ordentlichen Helm haben, der nicht so scheiße aussieht. Ich will nicht so einen blöden Hirnerhelm die ganze Zeit tragen. Das ist doch nervig. Ich bin ja schon stark am Überlegen gewesen, ob ich nicht nur deswegen auf altes Wissen gehe, damit ich die Krone Adanus tragen kann. Mann, was willst du? Das wäre es mir wert. Willst du was kaufen? Nein. Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Überraschung. Ich habe beim Wolfsklan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Stainer braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Felle? Bisonfelle, schweres Leder. Verstehst du? Er braucht ein Dutzend von den Dingern. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Sagen wir, zwölf Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Jippie. Bei wem bekomme ich die Felle? Also es ist mir egal, woher ich die Felle bekomme. Vom Wolfsklan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsklans. Hier sind deine Felle. Ich habe die. Ich hoffe, du hattest nicht zu viele Probleme. Hier ist dein Erz. Interessant. Wusste ich nicht, dass ich die habe. Aber sehr gut. Haben wir schon mal zwölf Erzstücke erhalten. Zeig mir deine Ware. Gucken wir mal, was er sonst noch hat. Nichts Besonderes. Aber wir können noch die Heiltränke mit abkaufen. Ich denke, das ist eine ganz gute Investition. Und wir können vor allen Dingen mal jetzt hier ein bisschen die Schilde mit loswerden. Der hat ja Geld. An denen können wir es loswerden. So. Sind wir noch gut im Plan. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir verkaufen können? Oh, ich habe Massen von Magie. Ja, komm. Scheiß drauf. Immer weg damit. 9800 hat er. Ah, hat er. Da sind wir jetzt schon locker drüber gekommen. Oh, das weg. Das weg. Ja, passt. Passt. Gut. Ausgleich. Her damit. Sind wir bei knapp 120.000. Also wir müssen ja ein bisschen sparen, weil ich ja irgendwann mal eine gute Rüstung haben will. Eine schwere Rüstung. Ich weiß bloß noch nicht, von wem ich mir die hole. Von welcher Fraktion. Eigentlich wäre ja nur logisch, dass ich die mir von den Nomaden hole, weil ich ja ein Nomade bin. Muss ich mal schauen. Mal schauen. Keine Ahnung, wo jetzt der Typ mit der Soft-Challenge ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es den gibt irgendwo. Ach, hier am Feuer. Kann das sein? Nee. Dann nicht. Dann gehen wir mal ins Haupthaus des Hammer-Clans. Sieht nicht sehr elegant aus, aber naja. Ich erwarte auch von den Hammer- äh, von den Clan-Mitgliedern, von den Clan-Leuten keine große Baukunst, ehrlich gesagt. So. Mit wem kann ich denn hier sprechen, wenn ich hier mit jemandem Vernünftigen sprechen will, der was zu sagen hat. Was willst du? Ah. Oho, Besuch. Komm her. Lass dich anschauen. Du siehst kräftig aus, so wie es sich für einen Mannen nochmal gehört. Kannst du es mit einem Ork aufnehmen? Nö. Natürlich kannst du das. Sonst wärst du nicht bis hierher gekommen. Männer wie dich können wir hier brauchen. Super. Gibt's Probleme? Das kann man wohl sagen. Orks haben unsere Mine besetzt, mitsamt dem Ofen. Der ganze Stolz unseres Clans ist in den Händen dieser haarigen Bastarde. Unsere Vorväter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie davon wüssten. Mir fällt gerade auf, die reden alle mit einem Mann in einem Kleid. Sonst regen sie sich immer drüber auf oder finden die Leute komisch. Aber bei mir stört das niemanden, ne? Da wird bloß drauf geachtet, dass er stark ist, kräftig ist. Naja, egal. Was unternimmt ihr wegen der Mine? Wir machen die Orks fertig. Zugegeben, zur Zeit sieht's nicht gut aus. Aber wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin hält Reto die Orks in Schlag. Braucht ihr Hilfe? Klar. Jeder, der eine Axt halten kann, ist herzlich eingeladen. Melde dich bei Reto. Er sagt dir, was zu tun ist. Das Schöne ist, ich kann keine Axt halten, weil ich große Waffen nicht geskillt habe. Aber egal. Was bekomme ich für meine Hilfe? Magst du Gold? Du bekommst eine ganze Truhe voll Gold. Mehr, als du tragen kannst. Mehr, als ich tragen kann? Ach, egal. Und wenn du alles mitnimmst. Ich brauche das Zeug nicht. Interessante Kameraperspektive. Ich suche einen Schmied. Dann bist du hier richtig. Auch wenn die Orks unseren Ofen haben, ist Ingvar der Erdschmelzer immer noch ein Meister seines Fachs. Seine Klingen sind über die Grenzen unseres Landes berühmt. Super. Mehr gibt es mit Tjalf jetzt nicht zu besprechen. Die einzige, eigentlich ist es wirklich die einzige Aufgabe, die du in dem gesamten verdammten Clan kriegst, besteht darin, hier den Ofen freizuräumen. Vorher kannst du hier nichts machen. Finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber wir haben noch jemanden. Was ist denn? Du bist der Fremde. Zaufen! Wenn du einen Platz zum Pennen suchst, bei mir in der Hütte ist noch ein Platz frei. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Gesellschaft habe. Okay, das macht mir Angst. Was bist du denn für einer? Ich bin Ugolf. Der beste Orkshütter, den dieses Dorf je gesehen hat. Was machst du dann hier oben? Suppe kochen und trinken. Ich gehe nicht mehr auf Orkjagd. Gibt es einen Grund für deinen Ruhestand? Ich hab's geschworen. Auf meine Axt. Klingt bescheuert. Ist es auch. War eine Wette. Was für eine Wette. Eine Flasche Stollengrollen. Ohne zu Boden zu gehen. Kein Problem, hab ich gedacht. Puh, denkste. Das Gesöff hat mich K.O. gehauen. Und frag nicht nach Sonnenschein. Gut, das werden wir, das ist wirklich die Soft-Challenge. Das werden wir probieren. Und ich glaube, wenn ich sie richtig in Erinnerung hab, hat das mit dem Stärkewert zu tun, den man geskillt hat. Ich weiß aber nicht, wo die Grenze ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich der Stärkewert war, der geskillt sein muss auf einem bestimmten Wert, um nicht K.O. zu gehen, wenn man das Zeug säuft. Wir probieren es einfach mal. Schauen wir mal. Was ist Stollengrollen? Oh, das ist der fürchterlichste Schnaps, den es gibt. Einen hellen Zeug, sag ich dir. Was gibt es hier zu holen? Du bist genauso wie ich früher. Immer darauf aus, was abzugreifen. Egal, wie viel Ärger man auch bekommt. Was ist? Gibt es hier was? Klar. Was suchst du denn? Äh, was suchen wir denn? Erz klingt gut. Erz. Ganz in der Nähe. Beim Wolfsklan gibt es ein kleines Tal. Dort kommt das Erz bis an die Oberfläche. Wenn du eine Spitzhacke hast, brauchst du es nur abzubauen. Das Tal liegt etwas höher. Du musst über einen umgestürzten Baum klettern. Das Tal liegt etwas höher. Hm, naja, gut, wenn du meinst. Äh, ich finde übrigens komisch, dass man das Erz, das ja angeblich das härteste Material sein soll, das es gibt, einfach so mit einer normalen Spitzhacke abbauen kann. Normalerweise müsste man doch eine Erzspitzhacke haben, um das Erz abbauen zu können, oder? Sonst würde es einem doch eher die Spitzhacke zerhauen, als dass man das Erz kriegen würde. Aber gut, ich will ja nicht kritisieren. Wahrscheinlich bist du einfach nicht hart genug. Was? Willst du mich beleidigen? Wer keinen Schnaps verträgt, hat da draußen noch nichts zu tun. Jetzt reicht's. Hast du schon mal einen Stollengrollen getrunken? Wenn du es schaffst, das Zeug runterzukriegen und stehen zu bleiben, gehe ich mit dir da raus. Schön. Die Wette gilt. Okay, wir gucken erst mal, was er sonst noch hat. Kannst du mir was beibringen? Hey, ich bin dein Mann. Keiner von den Typen hier kann mir das Wasser reichen, wenn es darum geht, einem Ort den Schädel zu spalten. Für 50 Erz zeige ich dir, wie es geht. Nein, ich glaube nicht. Gib mir einen Stollengrollen. Meinst du, ich bewahre dieses Zeug in meinem Haus auf? Viel zu gefährlich. Wir brauen es dir zusammen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Kram. Was? Hier. Toll. Super. Große Klasse. Das habe ich mir anders vorgestellt. Na gut, schauen wir mal. Äh, wo muss ich denn hin? Wo habe ich das denn? Hier mit? Ja. Ich glaube schon. Zutatenliste. Äh, das ist... 20 Schnapsbären, 2 Brocken Erz, 2 Minecrawlerzange. Was? Was ist das denn für eine Brühe? Ich glaube, an den Schnapsbären hapert's. Oder? Kann das sein? Schnapsbäre. Ja, haben wir 7 Stück. Den Rest könnten wir eigentlich komplett haben, würde ich denken. Also die 2 Erzbrocken sollten wir auf jeden Fall haben. Den Rest... Ja, oh Gott, wir haben ja richtig viel magisch... Ach nee, ich habe noch eine 1 davor gesehen. Aber es sind bloß 14. Haben wir auf jeden Fall... Minecrawlerzangen könnten wir verkauft haben. Ich glaube, die haben wir nicht mehr. Nee, ich glaube... Nee, nee, nee. Ich glaube, Minecrawlerzangen... Wenn wir jemals welche hatten, dann haben wir die wieder verkauft. Die werden wir nicht in unserem Besitz haben. Na gut, was soll's. Lassen wir das also? Mir fällt gerade ein, ich wollte hier unbedingt nach dem Teleportstein suchen. Ich habe aber keine Ahnung, wo es den hier geben könnte. Gut, haben wir das also auch jetzt noch offen. Ich muss jetzt mal unbedingt nach dem Teleportstein suchen, denn ich wollte ja erstmal einen Teleportstein von einem der Clans haben. Um mich dann mal direkt runter nach Lago teleportieren zu können, um bei Sibu und Narad meinen Quest abzuschließen. Ach, Problem gelöst. So, da würde ich sagen... Ähm... Magie, Magie. So. Und jetzt... Was ist das denn? Thronsaal? Nee, das wollte ich nicht haben. Äh... Wir haben keinen für Lago. Gibt's denn überhaupt einen für Lago? Müssen wir halt nach Benereien gehen. Ab geht's. Das könnte jetzt etwas dauern übrigens. Oh, verzeihung. So, den Krach. Äh... Grundregeln des Teleports. Je weiter die Reise mit dem Teleport ist, desto länger ist die Ladezeit dabei. Denn es muss ja eine komplett neue Welt geladen werden, wenn man so will. Die Umgebung ist eine komplett andere. Und es ist wirklich so, je weiter das Ganze entfernt ist, desto länger dauert das. Ich weiß nicht, wie genau das konzipiert ist, wie das aufgebaut ist. Aber da wir jetzt von einem Ende der Welt zum anderen uns begeben mit dem Teleport, dauert das wirklich, glaube ich, eine ganze Weile. Naja. Oh, nee, ging relativ schnell. Ich bin erstaunt. Und... Vielen Dank.